Heute sprechen wir darüber, was du nach der Klausurenphase tun solltest. Willkommen zurück Abiturleden, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und für die meisten ist ja jetzt gerade die Klausurphase rum und dann fällt man vielleicht auch wieder ein bisschen in so ein Loch. Man hat das Gefühl, okay, shit, jetzt habe ich die ganze Zeit so viel Zeit in die Klausuren gesteckt und jetzt habe ich auf einmal die ganze Zeit wieder und ich weiß fast gar nicht, was ich damit anstellen soll. Und das ist eine extrem große Gefahr. Unterschätzt das nicht, weil das ist das Ding. Du freust dich, dass die Klausuren rumsenkst, dir yeah, yeah, yeah und bist quasi in einem positiven Gefühl, obwohl jetzt gerade eigentlich eine der gefährlichsten Zeiten ever innerhalb deines Schuljahres kommt. Denn wenn du die ganze Zeit auf High Performance, High Performance, High Performance, du gibst Gas, 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 Gas und auf einmal musst du nicht mehr Gas geben, entsteht eben genau dieses Loch, in das du ganz, ganz schnell reinfallen kannst. Sowohl mental, weil du auf einmal dich die ganze Zeit auf die Schule fokussiert hast und jetzt weißt du nicht mehr, worauf du dich grundsätzlich fokussieren sollst. Und zweitens natürlich vor allem auch produktivitätsmäßig. Ja, du denkst dir, oh, ich muss nicht mehr so viel machen, kann ich mal ein bisschen länger ausschlafen, muss ich aber nicht mehr so viel lernen, passt mal alles. Und auf einmal sind vielleicht ganzen Gewohnheiten, die ganzen Routinen, die du dir vielleicht innerhalb der Klausurphase oder auch davor mit Hinblick auf die Klausurphase so mühsam erarbeitet hast, sind auf einmal weg. Ja, du, keine Ahnung, schaust wieder Serien, bist wieder öfter an unserem Lieblingsendfeind dem Handy. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was wir wollen. Ja, das ist ja überhaupt nicht das, was wir wollen. Sondern was wir ja eigentlich wollen, ist, dass wir nach der Klausurenphase natürlich mehr Freizeit haben, vielleicht ein bisschen runterkommen, aber trotzdem uns damit nicht die Dinge wieder zunichte machen, für die wir davor Wochen und Monate so hart gearbeitet haben. Deswegen, was würde ich dir für nach der Klausurenphase empfehlen? Die erste wichtige Sache mal ist, dass du wirklich dieses positive Gefühl auch zulässt. Weil es gibt dann ganz, ganz oft Leute, die sagen, oh ja, Klausuren fast rum, ich muss trotzdem weiter, weiter, weiter. Und sind immer, immer weiter in diesem verbissenen Modus, der vielleicht für eine Klausur, für zwei, drei Klausuren mal ganz gut ist, wirklich sich da reinzubeißen. Aber das kannst du nicht dauerhaft aufrechterhalten. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du einfach mal loslässt. Du lässt einfach mal los von den ganzen Emotionen. Du lässt einfach mal raus. Fühl dich frei, hab Spaß, tanz in deinem Zimmer, keine Ahnung was. Lass wirklich mal raus. Das ist super, super wichtig, dass du auch mit dieser Klausurenphase, mit dem Ende der Klausurenphase, was Positives verknüpfst. Auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, okay, die eine oder andere Klausur, die lief jetzt nicht so gut. Versuch trotzdem stolz auf dich zu sein. Dass du die Klausurenphase so durchgezogen hast. Selbst wenn du sie nicht perfekt durchgezogen hast, fast niemand sieht irgendwas perfekt durch, aber du hast trotzdem dein Bestes gegeben. Du hast trotzdem dein Bestes gegeben und das solltest du feiern. Weil wenn du das nicht feierst, dann wird dein Kopf, deine Psyche, mit diesem Prozess von Klausur, 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 nichts Positives verbinden. Und dann wird es bei der nächsten Klausurphase, oder jetzt dann auch schon im Abitur, einfach schwierig sein, dich richtig gut dafür zu motivieren. Deswegen feier das. Feier das wirklich. Wenn du das getan hast, dann gehen wir zum nächsten Punkt über. Und zwar solltest du dann unbedingt, unbedingt darauf achten, dass du nicht deine Routinen verlierst. Weil Routinen aufzubauen, ist schon sau anstrengend. Ja, aber Routinen zu verlieren ist eigentlich, also bestehende Routinen beizuhalten, ist fast kein Aufwand. Aber dadurch, dass es fast kein Aufwand ist, schätzen wir es auch nicht mehr, wodurch wir so viel mehr in Gefahr laufen, eben genau diese Routinen auch wieder sausen zu lassen. Und genau das darf nicht passieren. Das bedeutet, wenn du bisher, wenn du eine geile Morgenroutine aufgebaut hast, dann zieh die bitte auch durch, wenn es nicht Klausurenphase ist. Bitte, 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 bitte. Wenn da vielleicht was Intensives mit Lernvorbereitung ist, das kannst du vielleicht weglassen, aber versuch, um die gleiche Uhrzeit weiter aufzustehen, mach Meditation, was auch immer dabei ist, mach die Dinge weiter. Ganz, ganz wichtig, unabhängig, ob Klausurenphase ist oder nicht. Das Gleiche gilt natürlich auch für eine Abendroutine, solltest du so eine schon haben. Dann, innerhalb der Schule, wenn du dich in der Schule gut gemeldet hast, immer mitgearbeitet hast, alles nachgefragt hast, weil du für Klausuren wirklich alles wissen wolltest, dann bitte mach auch das weiterhin so. Weil man könnte denken, oh ja, lass die ganze Zeit melden, das ist ja so anstrengend. Aber das ist gar nicht anstrengend. Hast du vielleicht selbst auch gemerkt, dass wenn du durch regelmäßiges Melden in einem Fach wesentlich mehr verstanden hast, das auf einmal viel leichter geworden ist. Warum? Du verstehst viel mehr, es macht viel mehr Spaß, sich zu melden, weil du auch was Richtiges sagst, positives Feedback vom Lehrer bekommst und genau diese, auf dieser Welle, auf der du da reitest, auf der möchtest du natürlich auch weiter reiten. Deswegen bitte, lass auch dein Engagement in der Schule nicht nachlassen. Weil, ich meine, natürlich ist vielleicht jetzt dein Verständnis vom Stoff nicht mehr ganz so wichtig, wenn du nicht in drei Tagen gleich wieder nächste Klausur schreibst, aber was meinst du denn, worüber die nächsten Klausuren oder dann auch das Abitur stattfinden werden? Natürlich wieder über den Stoff, den ihr jetzt als nächstes durchnimmt. Deswegen seid auch da wieder sofort am Start. Und das gilt dann auch für den Nachmittag, vor allem für die destruktiven Gewohnheiten. Also wenn du zum Beispiel oft am Handy warst, oder wenn du immer mega fliege gegessen hast, immer so mittags oder einen ewig langen Mittagsschlaf, so zwei, drei Stunden lang gemacht hast und du davon weggekommen bist, dann schaffst du bitte auch, das beizubehalten. Es heißt ja nicht, dass du zwangsläufig dann mit der ganzen freien Zeit, die du dann dadurch hast, weil du nicht so viel schläfst oder zumindest nicht, also schlafst wichtig in der Nacht, aber nicht am Tag halt den Tag verpennst und wenn das du nicht an der, keine Ahnung, halt die ganze Zeit am Handy hängst, mit dieser ganzen freien Zeit, die musst du ja nicht zwangsläufig weiterhin konstant ins Lernen stecken. Dafür ist es ja auch da, dass du von der Klausurenphase mal ein bisschen Freizeit hast. Aber, was natürlich trotzdem wichtig ist, ist, dass du diese Zeit sinnvoll nutzt. Das heißt, du kannst es natürlich ins Lernen stecken, ist natürlich auch außerhalb der Klausurenphase sehr gut, weil es dich dann auf die nächste Klausurenphase oder aufs Abitur sehr gut vorbereitet, aber nutze es halt auch gerne mit deinen Freunden oder mit einem Hobby, aber bitte verwende sie sinnvoll. Ja, sinnvoll. Das ist ja das, was ich immer sage, mir ist es nicht so wichtig, ob du den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt oder nicht. Im Gegenteil, ich will gar nicht mal, dass du den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Da machst du meiner Meinung nach sogar irgendwas falsch. Dann kannst du viel besseres Zeitmanagement, viel bessere Lernstrategien erlernen, womit das wesentlich einfacher geht, machen wir eben jetzt auch in meinem Einser-Abitur-Coaching. Aber versteht ihr, dass ihr einfach euch entscheidet, mache ich jetzt was für die Schule oder habe ich Freizeit? Aber nichts irgendwo dazwischen, wo dann die ganze Zeit nur so ein Handy scroll ist oder pensel, nicht dieses halbe Leben. Lebt voll, okay? Entweder produktiv sein oder Spaß haben, aber macht eine von diesen Sachen voll. Und das auch unbedingt nach der Klausurenphase beibehalten, weil das ist so gefährlich, dass du da eben reinrutschst. Deswegen, bitte behaltet eure Gewohnheiten bei, habt trotzdem Spaß und seid euch natürlich auch bewusst, dass auch noch eine Sache, die ihr sehr gut machen könnt, ist, analysiert mal, wie verliefst du denn die Klausurenphase? Und zwar im Prinzip zwei Sachen. Erstens, was lief gut? Also worauf bin ich stolz? Wovon will ich mehr machen? Zum Beispiel, okay, ich habe echt regelmäßig angefangen. Dann frag dich, warum habe ich regelmäßig angefangen? Was hat dafür gesorgt, dass du regelmäßig angefangen hast? Ein Lernplan, keine Ahnung, dass du wirklich, keine Ahnung, vielleicht in der Zeit auch mal, auch mal wirklich früher aufgestanden bist. Egal, was du dir in der Klausurenphase gut getan hast, schreib dir die Sachen auf. Und gleichzeitig, schreib dir auch unbedingt die Sachen auf, wo du das Gefühl hast, ey, das lief nicht gut, das will ich besser machen. Und überleg dir genau, was willst du daran besser machen? Und dann wirst du auch in der nächsten Klausurenphase mit wesentlich mehr Spaß, Motivation und schlussendlich auch besseren Resultaten durchgehen. Wenn du noch bessere Resultate haben willst, dann trag dich hier unter diesem Video in mein 1er Abiturcoaching ein. Einfach auf den Link gehen, dann sprichst du mit mir oder jemandem aus meinem Team. Freue ich mich, dich zu hören. Und ansonsten, ich glaube an dich, wir wollen uns im nächsten Video dein Leben. I wanna know what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream. I can't let none of these looks intervene, no, my city's blessings I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.